Wenn die Klimaangst zum Trauma wird. Geht es Ihnen auch auf die Nerven? Pausenlos suggerieren Politik und Medien weltweit, dass die Erde vor einem Klimakollaps steht und wir alle sterben müssen? Haben Sie Kinder, die voller Angst das Ende ihres Lebens durch Klimakatastrophe sehen? Falls sie sich deswegen große Sorgen machen sollten, haben sie auch einen Grund dazu. Aber weniger wegen des Klimas. Nein, es ist eher wegen dieser Panikmache um den Klimawandel. Junge Menschen gleiten immer weiter in Depressionen, Verzweiflung und Wut ab. Da gibt es regelrecht krankhafte Angststörungen, wie Sie hier in diesem Video sehen können. Ich glaube, die Klimakrise war einfach noch nie so nah. Und es passiert trotzdem nichts. Das macht mir so Angst. Meine Regierung hat keinen Plan. Ich habe es nicht im Griff. Ein erschreckendes Zeitzeugnis. Niemand hat das Recht, Menschen so in die Verzweiflung zu treiben. Die junge Frau ist kein Einzelfall. Ärzte und Psychologen schlagen Alarm, dass die sogenannte Klimakrise Kinder und Jugendliche psychisch enorm belastet. Studien zu den Auswirkungen des Klimawandels auf Kinder und Jugendliche zeigen eine lange Liste von Störungen. Da wären Angstzustände, Depressionen, traumatische Belastungsstörungen, erhöhte Selbstmordraten, Drogenmissbrauch, soziale Störungen, wachsende Gewaltneigung, Frustration und ein erschütterndes Gefühl von Verlust. Es sind zumeist Jugendliche, die den Alarmismus für bare Münze nehmen. Die Bertelsmann Stiftung führt dazu im Januar eine Umfrage durch. Das Ergebnis? Von den befragten 12- bis 18-Jährigen machen sich 80% Sorgen wegen des Klimawandels. Mehr als die Hälfte, nämlich 42%, sogar sehr große Sorgen. Schon Kinder im Grundschulalter haben Angst, dass sie bald daran sterben müssen, wie beispielsweise durch ein Feuer oder durch Überschwemmungen. Dr. Judith Curry macht die, Zitat, Aber selbst die Lageeinschätzungen des IPCC, welche als die globale Autorität in Sachen Klima gilt, gibt dieses Paddick-Potenzial gar nicht her, sagt Dr. Curry. Ganz abgesehen von den längst als falsch entlarvten Hochrechnungen, wie zum Beispiel den berühmten Hockeystick als Beleg einer gefälschten Klimaerwärmung. Es ist ein Verbrechen, die Menschen in Angst und zu Schosen zu jagen, die Wirtschaft abzuwürgen und der nächsten Generation die Chance, auf ein gutes Leben zu nehmen. Es ist an der Zeit, mit echten Fakten aufzuklären. Die Erde hat schon viele Klimawandel durchlaufen und viel dramatischere als jetzt. Beispielsweise die Eiszeit. Die Wissenschaft sagt, dass wir jetzt glücklicherweise in einer freundlichen Warmzeit vor der nächsten Eiszeit leben. Und nein, es waren damals nicht die Lagerfeuer der Eiszeitmenschen, die den Klimawandel aus der Eiszeit bewirkt haben.